Janis Varoufakis hat im letzten Sommer ganz Europa in Aufregung versetzt, als er den anderen Euro-Finanzministern die Stirn bot. Dieser Brandstifter fackelt das europäische Haus noch ab, schäumten die einen. Nein, er ist der letzte Fackelträger, der es noch wagt, gegen die kalte Machtpolitik der Finanzmächte aufzubegehren, priesen ihn die anderen. Herr Varoufakis, herzlich willkommen bei uns im Studio. Und herzlich willkommen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herr Varoufakis, dass Sie gerne eigene Wege gehen, das ist unterdessen weltbekannt, das taten Sie offenbar schon damals als Student. Wer möchte nicht in der Lage sein, eine Position zu vertreten, die mit den eigenen Prinzipien übereinstimmt und gleichzeitig mit all jenen im Dialog stehen, die sich dem wunderbaren Unterfangen der menschlichen Koexistenz verschrieben haben? Aber erzählen Sie uns, ich konnte es fast nicht glauben, als ich irgendwo gelesen habe, als Student in England an der Universität Essex waren Sie der Sprecher oder Sekretär der schwarzen Studentenschaft. Sie sehen für mich nicht so schwarz aus. Genau darum ging es. Ich stand vorne, z.B. an einer grossen Gewerkschaftskonferenz und begann meine Rede mit den Worten «Wir schwarzen Studenten». Natürlich haben alle gelacht. Das gehörte zum Ablauf. Mein nächster Satz war dann, «Schwarz ist eine Geisteshaltung», die nichts zu tun hat mit der DNA oder der Hautfarbe. Es ist eine soziale Kategorie. Und wenn es eine Geisteshaltung ist, sollten wir besser damit anfangen, anders zu denken über Rasse, Geschlecht, soziale Klassen und all die Dinge, die uns trennen statt vereinen. Das war der Grund, weshalb die schwarze Studentenvereinigung mich fragte, ob ich hier Sprecher sein wolle und weshalb ich die Einladung gerne angenommen habe. Und wenn Sie von mir noch eine weitere Rechtfertigung wollen, wir Griechen, die Iren und eine Reihe anderer Leute sind die schwarzen Europas. Da kann man dazu sagen, dass Sie auch aus einer Familie kommen, die nicht gerade immer rebellisch war, aber wo die Menschen ihre Standpunkte überzeugt vertreten haben. Ihr Vater war unter der Diktatur, dieser Obristen, dieser Rechten, Generäle, drei Jahre im Lager? Ich komme aus einer Familie von liberalen Demokraten. Wenn Sie oder unsere Zuschauer in einer neofaschistischen Diktatur leben würden, wie das bei uns in den 1960er-Jahren der Fall war, wären auch Sie Rebellen. Wenn man ihnen verbieten würde, Musik zu hören, Bücher zu lesen, wenn sie keine Deutsche Welle hören dürften. Ich glaube, man hatte eine moralische Pflicht, zu rebellieren. Und meine Familie rebellierte. Unsere besten Helfer in dieser Rebellion waren die Menschen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Frankreich. Zum Glück war diese schreckliche Diktatur einige Jahre später vorbei, dank der Rebellion von guten Menschen. Ihr Onkel auch war im Gefängnis, war sogar zum Tode verurteilt worden. Er hatte allerdings eine Bombe gebastelt oder so was. Mein Onkel, der Bruder meiner Mutter, war Geschäftsführer von Siemens in Griechenland. Er war ein Rechter. Mein Vater und er hatten immer sehr heftige Auseinandersetzungen. Er war bei den Neoliberalen in Griechenland. Er unterstützte die Freien Demokraten, die FDP in Deutschland, weil er enge Verbindungen zu Deutschland hatte. Mein Vater wurde Kommunist, weil man ihn ins Gefängnis warf, da er sich weigerte, eine Deklaration zu unterschreiben, die den Kommunismus verurteilte. Er sagte zu den Polizisten, das war in den 40er Jahren, ich bin kein Buddhist, aber wenn ihr von mir verlangt, dass ich eine Erklärung unterschreibe, die den Buddhismus verurteilt, werde ich es nicht tun, weil der Staat nicht die Macht haben sollte, einzelne Menschen, seine Bürger, zu solchen Distanzierungen zu zwingen. Worauf sie ihn in ein Konzentrationslager sperrten, zusammen mit Kommunisten, und mein Vater schloss sich ihnen an. Aber zurück zu meinem Onkel. 1967, als sein politisches Lager, also die Rechten, eine Militärdiktatur unterstützten, so hat er es mir gegenüber einmal dargestellt, haben er, so wie viele andere bürgerliche, liberale und Mitte-Rechts-Leute gegen das eigene Lager rebelliert und sich von Staatsstreich und Militärdiktatur distanziert. Sie bildeten eine Organisation, eine Widerstandsgruppe, die Bomben legte, um ihre Opposition gegen die Militärdiktatur öffentlich zu machen. Sie planten sehr sorgfältig, um niemanden zu verletzen, und es wurde auch niemand verletzt. Das war ihre Art, Widerstand zu leisten gegen die Militärdiktatur. Diese Organisation, die sich demokratische Verteidigung nannte, wurde in der Erinnerung zu einer wichtigen Widerstandsgruppe gegen die Militärdiktatur. Und Sie haben offenbar als Bote einmal gedient, um irgendeine Nachricht aus dem Gefängnis herauszutragen. Was war da geschehen? Das gehörte damals zum Alltag. Es gab eine Zeit, da besuchte ich meinen Onkel im Averov-Gefängnis in Athen. Für mich als kleinen Jungen war es einfacher, Botschaften hinein- und hinauszuschmuggeln. Nur Nachrichten von der Familie und von Freunden, nichts, das verschwörerischer oder heroischer gewesen wäre. Aber es war aufregend für einen Jungen. Ich erinnere mich an eine Situation, als mein Onkel in der Gefängniszelle das Modell eines Stuka, eines deutschen Kampfflugzeugs, nachgebaut hatte, weil ich Kampfflugzeuge liebte, als Acht- oder Zehnjähriger damals. Und im Innern befand sich eine kleine Botschaft an seine Frau. Das sind die Erinnerungen an sehr turbulente Zeiten. Aber das Gedächtnis, das oft ein wenig beschönigt, erlaubt einem immer auf paradoxe Art, diese schrecklichen Zeiten rückblickend als wunderbar zu sehen. Klar, eine gute Zeit war es nicht für das Land. Der Westen hat auch zugeschaut, dass da eine Diktatur, eine Militärrunde von 1967 bis 1974 dieses europäische Land regieren konnte. Und Sie da aber als junger, romantischer Kinderrevolutionär gestartet. Und Sie haben erwähnt die deutsche Welle, das fand ich auch interessant. Das griechische Drama dieses Sommers, an das wir uns alle hier in Europa erinnern, sah zwei Protagonisten eigentlich, den deutschen Schäuble, Wolfgang Schäuble, und den Griechen Janis Varoufakis, die zwei gegenseitige, gegensätzliche Welten vertreten. Da fand ich es interessant, als ich gelesen habe, dass die deutsche Welle, Deutschland, war damals in der Zeit der Diktatur für Sie ein Ideal. Sie haben das gehört, so heimlich mussten Sie deutsche Welle hören. Nicht nur wir. Damals hörten die meisten Demokraten in Griechenland entweder BBC oder deutsche Welle. Die deutsche Welle hatte, soweit ich mich erinnere, das bessere Programm. Es war viel informativer und unterstützte den griechischen demokratischen Widerstand gegen die Diktatur viel stärker. Ich wuchs in einem Griechenland auf, in dem Deutschland als überragendes Beispiel eines grossartigen demokratischen Landes galt. Deutschland gehörte zu den wichtigsten Verbündeten von uns allen, die wir in Griechenland dafür kämpften, unser Land in die europäische Gemeinschaft einzugliedern, Griechenland zu demokratisieren und aus dem dunklen Zeitalter von Diktatur, Rückständigkeit und Vormoderne hinauszuführen. Aber in diesen dunklen Zeiten konnten Sie deutsche Welle nicht offiziell hören? Das musste man leise tun? Es war illegal. In der Tat versuchte das Regime, die Frequenzen der deutschen Welle zu sperren. Mein Vater musste in ein sehr gutes Kurzwellenradio investieren, um die Versuche der Diktatur, das Programm abzublocken, zu unterlaufen. Und dann haben Sie das ganz leise gehört? Ja, genau. Denn wir hatten einen Nachbarn, der schnüffelte und versuchte, sich beim Geheimdienst einzuschmeicheln, indem er über meine Familie berichtete. Meine Familie war ja, wie bereits erwähnt, bekannt dafür, dass sie gegen das Regime war. Und sie suchten nach Vorwänden, um uns zu verfolgen. Dann machen wir einen grossen Sprung schon mal kurz in die Zeit, wo Sie dann Minister Ihres Landes sind. Und dieses Rebellische immer noch in sich zu haben scheinen. Und den Hang, würde ich mal sagen, zur Provokation auch. Ich habe dieses Foto mitgebracht, wo Sie dann zum ersten Mal zum englischen Minister Osborne gehen, Downing Street 11, gerade neben dem Downing Street 10 Premierministeramt. Und der gute Mann, Kollege Osborne, hat sich so eine Mühe gegeben, den schönsten blauen Anzug, die schönste blaue Krawatte. Und Sie kommen da im Ledermantel. Wollten Sie die Leute provozieren? Hallo, hier kommt der Rebell. Es war nie meine Absicht, irgendjemanden zu provozieren. Sie tragen auch keine Krawatte. Provozieren Sie Ihr Publikum? Ja, ich habe auch keine Krawatte. Aber ich habe keinen Ledermantel. Ich habe Stoff an das Leder. War es nicht ein Message? Ich glaubte immer, der Inhalt zählt und nicht die Verpackung. Was diese spezielle Situation anbelangt, nur damit Sie es wissen, ich befürchte, die Geschichte hinter dieser Lederjacke ist weniger heldenhaft, als es scheint. Was geschah, ich war auf dem Weg nach Paris und mein Gepäck ging im Transit verloren. Ich musste mir einen Mantel ausleihen, weil es sehr kalt war. Darunter trage ich genau dieses Jackett hier. Den Mantel lieh ich mir von griechischen Botschafter in Frankreich. Ich hatte mir dabei nichts gedacht. Nie wäre ich auf die Idee gekommen, damit Anstoss zu erregen. Das war nicht gewollt. Aber wissen Sie was, im Endeffekt bin ich froh, dass man es als Fehltritt beurteilte. Machen wir uns nichts vor. Die besten Anzüge und Krawatten werden von der Mafia in New York getragen. Ich würde nicht behaupten, dass sie das zu guten oder vertrauenswürdigen Mitgliedern der Gesellschaft macht. Auch nicht umgekehrt. Jeder, der einen guten Anzug trägt, ist ein Mafioso. Müssten wir uns in Europa nicht auf Inhalte konzentrieren? Ich versichere Ihnen, dass alle griechischen Minister vor mir, Finanzminister und andere, die dafür verantwortlich sind, dass Griechenland zu einem gescheiterten und bankrotten Staat verkommen ist, sehr schöne Anzüge getragen und niemanden provoziert haben, indem sie keine Krawatten trugen. Müssten wir uns nicht auf das konzentrieren, worauf es ankommt? Es wäre vielleicht schon schön, aber ist es nicht so, gerade wenn man ein erfahrener Politiker ist, wie Sie und auch Aristoteles hat es eigentlich gesagt in seiner Rhetorik, Sie kennen die alten Griechen ja auch gut, es gibt den Logos, das, was man sagt, aber es gibt auch den Ethos, wie man positioniert ist, und es gibt das Pathos, wie man wirkt. Und man muss darauf doch achten, wie man wirkt. Jeder Ansatz, der Logos von Pathos trennt, die Wirtschaft von der Politik, die Logik von der Ethik, führt zur Schwächung menschlicher Erfahrung. Wenn Logos der Verbindung mit Pathos beraubt wird, verliert es an Bedeutung, Macht und Nutzen für die Menschheit, genauso wie eine Wirtschaft, die vom politischen Prozess getrennt wird, den Wohlstand unterhöhlt und wie die Vernunft zutiefst irrational wird, wenn man sie von der Ethik abspaltet. Okay, ich bin schlecht platziert, hier für die Krawatte zu werben, da haben Sie recht, aber ich habe mir trotzdem überlegt, wenn es der Sache gedient hätte, wären Sie nicht auch bereit gewesen, Konzessionen zu machen im Look? Sie haben die Kollegen dann in Brüssel ja noch genug. Von Anfang an stellte ich klar, in dem Moment, wo wir mit der Troika, der Eurogruppe, den europäischen Partnern und dem IWF ein gutes Abkommen haben, im Moment, wo wir uns darauf einigen, die griechischen Schulden zu restrukturieren und zu straffen und Griechenland eine echte Reformagenda erhält, werde ich eine Krawatte umbinden. Das sagte ich gleich am Anfang. Wir haben nie eine entsprechende Vereinbarung erhalten, deshalb trage ich immer noch keine Krawatte. Dann war dieses Drama, das Europa sehr bewegt hat, auch so spannend von aussen gesehen, weil wirklich sehr verschiedene Positionen aufeinander traben. Zuvor waren radikale Gegenpositionen, marxistische zumal an den Universitäten, in den Büchern und jetzt ist ein radikaler Marxist plötzlich Minister, ist im Zentrum der Macht und redet und vertritt dort seine Thesen. Bevor wir das im Detail anschauen, was da passiert ist, möchte ich Sie fragen nach Ihrem Menschenbild und Ihrem Bild des Kapitalismus aufgrund eines Buches, das Sie geschrieben haben mit dem Titel »Wie ich meiner Tochter die Wirtschaft erkläre«, weil das ist jetzt nicht so marxistisch, trocken, sondern Sie sagen das, wie man es einem Teenager sagen könnte, was Sie an der heutigen Wirtschaft, am System des Kapitalismus unmenschlich finden. Und Sie erzählen das eigentlich sehr schön am Beispiel von Kapitän Kostas, den Sie in dieser kleinen Parabel zusammen mit Ihrer Tochter am Abend in einer Taverne treffen. Was passiert zwischen Kapitän Kostas und der Tochter? Die Geschichte ist sehr einfach. Der Kapitän bat meine Tochter, ihm zu helfen, den Anker seines Bootes zu heben, der auf dem Meeresgrund festklemmte. Meine Tochter war sehr begeistert, sie fühlte sich nützlich, geliebt, sie hatte eine Aufgabe für die nächste Stunde und bot an, zu tauchen und ein Seil am verlorenen Anker festzumachen, um Kapitän Kostas zu helfen, ihn zurückzuholen. Ich erkläre mit dieser Parabel, übrigens eine wahre Geschichte, den Unterschied zwischen Preis und Wert, zwischen Tauschwert und Lebenswert. Ich sagte zu ihr, stell dir vor, statt dir zu sagen, Senja, hilf mir, das zu tun, hätte er gesagt, ich gebe dir 10 Euro, wenn du es machst. Vielleicht hätte er dir die Vorstellung, nass zu werden, es ist Abend, du musst dein Nachtessen unterbrechen. Das hätte sich nicht gelohnt für 10 Euro. Die Art und Weise hingegen, wie er dich eingeladen hat, mit ihm eine Lebenserfahrung zu teilen, war viel verlockender. Erinnern Sie sich daran, was Oscar Wilde gesagt hat. Ein Zyniker ist ein Mensch, der von jedem Ding den Preis und von keinem den Wert kennt. Zwischen Werten und Preisen zu unterscheiden, ist sehr wichtig. Nicht nur für das Verständnis von zwischenmenschlichen Beziehungen, sondern auch, um zu verstehen, wie die Wirtschaft funktioniert. Speziell die Mechanismen, weshalb Märkte und Marktgesellschaften es oft nicht schaffen, aus den Leuten das Beste herauszuholen, weil sie den Preis zu stark gewichten. Ihr Hauptvorwurf an den Kapitalismus, dass er diese menschliche Seite verdrängt, dass alles Tausch ist am Schluss mit einem Preisetikett drauf? Ich bin ein Liberaler, mehr als dass ich ein Marxist bin. Der Marxismus ist wichtig, weil er mir hilft, den Kapitalismus zu verstehen, die Welt, in der wir leben. Der wichtigste Wert für mich, das wichtigste Prinzip, ist jenes der Freiheit. Die schlimmste Seite des Kapitalismus, und der Kapitalismus hat auch wunderbare Seiten, wie die Tatsache, dass er uns von feudalen Abhängigkeiten befreit hat und so weiter. Aber da Sie mich nach meinem Kritikpunkt fragen ... Die Innovationskraft, die kommt durch das Kapital? Die Freisetzung von kreativen, produktiven und innovativen Kräften ist einer der grossen Beiträge des Kapitalismus, darüber gibt es keinen Zweifel. Aber gleichzeitig, das ist die dunkle Seite, wenn Sie so wollen, ist das eine dialektische, hegelianische Sichtweise. Die Kehrseite ist das, dauernde Übergriffe von Preis, von Wert und von ökonomischen Dimensionen in den sozialen und politischen Bereich die Menschen im Endeffekt versklaven. Unabhängig davon, ob sie Besitzer von Unternehmen sind oder Arbeiter. Die Arbeiter werden von den Produkten ihrer Arbeitskraft entfremdet, wie Marx sagen würde. Sie werden mechanisiert, so weit, dass ihr Leben schliesslich hoch repetitiv wird, ohne viel Inhalt und ohne existenzialistische Beziehung zum Produkt ihrer Arbeit. Wenn sie nach Hause gehen, sind sie erschöpft. Sie sind von der Sorge, wie sie sich über Wasser halten. Sie schauen dumme TV-Programme, nicht ihres. Aber war das nicht damals in Manchester, wo die Leute arm waren? Heute lebt der Arbeiter, der Arbeitnehmer recht gut, oft wenig in Griechenland, aber in den nordeuropäischen Gesellschaften. Sind Sie sicher? In Deutschland ist der Prozentsatz der Working Poor heute höher als vor 20 Jahren. In Deutschland, für die Schweiz gilt das vielleicht nicht, gibt es Millionen von Menschen mit Minijobs, die unfreiwillig nur wenige Stunden pro Woche arbeiten, für die es sehr schwierig ist, sich über Wasser zu halten. Sie leben in einem extrem reichen Land, das sehr erfolgreich und sehr mächtig ist. Trotzdem haben sie immer weniger Zugang zum Wohlfahrtsstaat. Die Qualität ihres Spitals nimmt ab, die Qualität der Ausbildung für ihre Kinder geht zurück und die Qualität ihrer Strassen, ihrer Häfen und der Infrastruktur nimmt ab, während sie gleichzeitig hören, wie ihre Regierung, z.B. im Bundestag, Dutzende, Hunderte von Milliarden an Rettungsgeldern genehmigt, für Griechenland, Irland usw. usf. Das schafft grosse Verwirrung. Aber zurück zum kapitalistischen Prozess. Diese Entfremdung betrifft nicht nur jene, die unter Bedingungen von steigender Unsicherheit arbeiten. Auch ihre Chefs, die Kapitalisten, die Besitzer des Unternehmens, sind ständig voller Angst vor geringer Nachfrage nach ihren Produkten. Sie entfremden sich laufend selber von ihrer eigenen Arbeit. Diese Unterteilung in jene, die besitzen, aber sich keine Gedanken machen um die Verteilung des Einkommens und jene, die nicht besitzen, aber arbeiten. Diese Unterteilung führt zu einer Welt, die recht unzufrieden ist mit unseren Bedingungen. Dies ist in John Kenneth Galbraiths Gesellschaft im Überfluss, wie in Thorstein Weblens viel früherer Theorie über die feinen Leute exzellent beschrieben, wie die Kombination von Kapitalismus und Konsumverhalten zu tiefer Unzufriedenheit führt, je mehr wir unsere Vorlieben befriedigen. Wir alle verhalten uns wie Versuchstiere in einem Hamsterrad. Wir rennen immer schneller und schneller, aber kommen nirgendwo hin. Könnte man nicht aber ein bisschen anpassen einen Gedanken von Churchill, den er über die Demokratie gesagt hat. Der Kapitalismus ist das schlechteste System von allen, abgesehen von allen anderen, etwas Besseres, eine bessere Alternative, ist halt nicht erfunden worden. Winston Churchill hat das über Demokratie gesagt und ich bin voll mit ihm einverstanden. Über den Kapitalismus hat er das nicht gesagt und es wäre auch falsch gewesen. Kapitalismus ist kein natürliches System, Demokratie hingegen schon. Es ist unbestritten, dass der Kapitalismus eine wichtige Kraft für den Fortschritt war. Jetzt aber hat er sich überlebt, darüber gibt es keinen Zweifel. Wir Linken glaubten, dass wir, die Linken, den Übergang vom Kapitalismus zu etwas Besserem bringen würden. Wir sind gescheitert. Aber ich glaube, der Kapitalismus untergräbt sich selber, sehr effizient. Schauen Sie sich die technologischen Innovationen an, die der Kapitalismus hervorbringt, wie zum Beispiel den 3D-Drucker, das Internet. Diese Veränderungen im Bereich der Technologie machen Unternehmen überflüssig. Es kommt zu einem Prozess der Disintermediation. Warum sollte Volkswagen, General Motors oder sogar Siemens weiterhin existieren, in einer Zukunft, in der der 3D-Drucker eine direkte Beziehung zwischen dem Designer eines Produkts und dem tatsächlichen Produkt ermöglicht? Wenn ich mich als Marxist bezeichne, ist es nicht, weil ich an eine Kontinuität von Marx bis zu den marxistischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts glaube. Nein. Marx' grösster Beitrag zu meinem Verständnis der Welt ist die Erkenntnis, dass technologische Innovation die sozialen Beziehungen zwischen den Menschen destabilisiert, wie auch die Art und Weise, wie wir Dinge produzieren und Einkommen verteilen. Dieser Zusammenhang zerstörte den Feudalismus. Ich bin überzeugt, dass die heutigen Produkte des Kapitalismus diesen zerstören werden. Was danach kommt, ob es Utopia sein wird, wie Star Trek, wo alle herumsitzen, niemand arbeitet, weil Maschinen uns alles abnehmen und wir sitzen herum und führen philosophische Diskussionen und erforschen das Universum, ob wir eine Welt wie in Star Trek haben werden oder eher etwas in Richtung The Matrix, eine Schreckensvision, in der sich Maschinen die Funktionen unserer Körper nutzbar gemacht haben und wir vollständig zur Beute des Kapitals geworden sind. Das wird von der Demokratie abhängen, davon, ob wir die richtigen Entscheidungen treffen, um sicherzustellen, dass die Produkte unserer Arbeit, die Maschinen, das Kapital, unsere Sklaven sind oder ob wir von den Bedürfnissen des Kapitals versklavt werden. Ich verstehe die Logik dieses Gedankengangs. Müsste einer, der sagt, ich bin aus diesen Gründen Marxist, nicht gleichzeitig, aber auch darüber nachdenken, jetzt schon, wie man diese schlimmen Entwicklungen, die es dann gegeben hat, unter Stalin und in der Sowjetunion, wo die Freiheit dann weg war, wo der Staat zu einem Moloch wurde, das ist ja vielleicht auch angelegt gewesen, irgendwo in dieser Theorie, müsste man nicht auch einen Packungszettel beilegen, Warnung, das kann ins Elend auch führen. Das mache ich. Ich mache das ständig. Vielleicht haben Sie bemerkt, dass ich mich als libertären Marxisten bezeichne. Die meisten Kommentatoren fokussieren einzig auf den Marxisten und nicht auf das Libertär. Für mich ist beides wichtig. Um das, was Sie gesagt haben, in der Sprache von jemandem zu formulieren, der einmal hier in der Nähe von Bern gewirkt hat, den die meisten unserer Zuschauer kennen, erlauben Sie mir, mich auf Friedrich von Hayek zu beziehen. Von Hayek hat sehr klug und leidenschaftlich gesagt, als Kritik an der Linken und im Speziellen an der marxistischen Linken, dass die Sozialisten im 20. Jahrhundert zur Verwirklichung des Sozialismus Praktiken übernehmen müssten, die Sozialisten eigentlich nicht unterstützen könnten und er hatte Recht. Als Linker trage ich ständig die kollektive Schuld des Gulag in mir. Diese Abscheulichkeit, die im Namen von Marx von Emanzipation, Befreiung, Sozialismus begangen wurde. Und wir von der Linken müssen dieses Gefühl die Schuld dauernd aufrechterhalten. Das heisst aber nicht, dass ich vor Ihnen die Tatsache verstecke, dass mein Verständnis des Kapitalismus ohne Marx nicht wäre, was es ist. Es ist ein wenig wie ein Christ, der sich nicht laufend für die spanische Inquisition entschuldigen muss. Bevor wir darüber reden wollen, was dann passiert ist, ganz konkret in dem Moment, wo dieser libertäre Marxist plötzlich in Brüssel erscheint, wo die anderen Antimaxisten sitzen, möchte ich noch einen Moment über ihr Land, ihre Heimat, Griechenland, reden. Die Parabel hat mir sehr gefallen, wo man sagt, die menschlichen Werte sieht man dort, wo der Fischer das junge Mädchen bittet. Und auf diesen, auch persönlich habe ich diese Sympathie für dieses Land, die Wiege der Demokratie ging schon früh in jungen Jahren hin und habe aber etwas anderes auch über dieses Land auch schon sehr früh erfahren. Meine erste Reise Interrail-Ticket hieß das und wir fuhren da durch Griechenland und bei meinem ersten Trip in Griechenland wurde ich abgezockt, wie ich noch nie abgezockt worden war. Ich habe einen Bus genommen, ich glaube von Patras nach irgendwo und da kommt plötzlich mitten auf dem Feld kommt ein Mann rein ein Freund des Chauffeurs sagt, haben Sie die Zusatzgebühr für Ihren Rucksack bezahlt? Ich sage, nein, gibt es das? Er nimmt das Geld und später steigt er wieder aus. Da war ein Freund des Buschauffeurs, der mich hier einfach ausgenommen hat mit 16 Jahren oder so. Und viele denken jetzt in nördlichen europäischen Gegenden, Griechenland ist auch das Land, wo gewisse, eine gewisse Zivilität nicht hier ist. Also wo Strukturen sind, das geht einfach nicht. Das berühmte Beispiel, dass auf Sakintos ein namhafter Teil der Bevölkerung als blind eingeschrieben ist, damit sie Renten bekommen. Wie sehen Sie das, Ihre eigene Heimat, als Gesellschaft, wo viel Unehrlichkeit und unziviles Verhalten überlebt hat? Dürfte ich einen Vorschlag machen, dass wir Verallgemeinerungen vermeiden. Verallgemeinerung ist der Anfang eines Prozesses, der uns auf einen äusserst glitschigen Abhang führt, Richtung, ja, Rassismus. Wenn Sie irgendeine Einzelgeschichte nehmen, wie Ihre schreckliche Erfahrung in meinem Land und daraus versuchen, eine Theorie abzuleiten, wie die Griechen sind oder so ist Griechenland. Die natürliche Reaktion darauf ist, dass die Griechen eine Geschichte über die Schweiz, Österreich oder Deutschland herausgreifen, eine nicht gerade erfreuliche, und sagen, die Schweizer, die Österreicher oder die Deutschen sind. In dem Moment, wo Sie damit anfangen, beginnt der Prozess in Richtung europäischer Desintegration, wie wir ihn aktuell haben, was äusserst schädlich ist. Nun, ich finde durchaus gefallen daran, Griechenland zu kritisieren. Meine Kritik ist bissiger und heftiger als Ihre, weil ich viel häufiger an Griechenland gelitten habe als Sie. Wir Griechen sind sehr gut im Kritisieren von Griechenland, wie die Schweizer gut darin sind, die Schweiz zu kritisieren und die Deutschen Deutschland. Es ist wichtig, diesen Prozess der Schuldzuweisungen zu vermeiden. Wenn Sie eine Diskussion darüber wünschen, was an den Griechen falsch ist, können wir das aber. Der moralisierende Finger, der von einem Land auf das andere gerichtet ist, gehört abgehackt. Okay, wenn das den Unterton gehabt hätte, der nicht beabsichtigt war, alle Griechen sind Diebe, dann nehme ich das natürlich sofort zurück. Aber es gab natürlich Bildschlagzeilen, die faulen Griechen wollen unsere Rentengelder hier zu sich holen und so. Aber dass der Staat Griechenland einfach noch nicht so mit modernen, im Max-Weberschen Sinn, rationalen Strukturen schon organisiert war und funktionierte, das ist doch eine Tatsache, ein echtes Problem. Zum Teil war gar kein Staat dort. Sie waren Finanzminister, aber man konnte gar keine Steuern eintreiben. Sie müssen verstehen, dass der Entwicklungsstand eines Staates, der staatlichen Institutionen, der Grad der Rechtschaffenheit der Bürokraten durch das Prisma der Geschichte betrachtet und erklärt werden muss. Griechenland ist ein recht junger Staat. Es ist zwar eine sehr alte Nation, aber ein eher junger Staat, der aus dem Osmanischen Reich heraus entstanden ist. In den ersten paar Jahrzehnten, mehr als das in den ersten Jahrhunderten des griechischen Staates, war es für arme Griechen eine patriotische Pflicht, keine Steuern zu bezahlen. Sie erinnern sich, im Osmanischen Reich waren die Steuern effektiv eine Art Entzug von Vermögen durch eine Besatzungsmacht. Sehr bald nach der Staatsgründung übernahmen die gleichen Grossgrundbesitzer, die schon unter den Osmanen das Sagen hatten, die Führung im griechischen Staat. Absolut autoritär. Eine Weiterführung der osmanischen Herrschaft. Die armen Bauern betrachteten diese erneut als ihre Feinde. So entwickelte sich Griechenland erst in den 1920er Jahren zu einem modernen Staat. Kurz darauf wurden wir in eine Serie von Kriegen gestürzt. Dazu gehörte der Zweite Weltkrieg und der darauf folgende Bürgerkrieg. Wir sind also ein sehr junger Staat. Mein Argument ist äusserst einfach. Um den Rechtsstaat und die Institutionen zu reformieren, sowie ein Mass an Ethik und Anstand wieder einzuführen, sowohl im privaten wie im öffentlichen Sektor, müssen wir eine Atmosphäre der Hoffnung schaffen. Wir brauchen Wachstum. Wir brauchen Investitionen. Lassen Sie es mich sehr einfach formulieren. Sie können ein Unternehmen nicht restrukturieren, ohne zu investieren. Sie können einen Staat, die Bürokratie, nicht restrukturieren, ohne zu investieren. Wegen des Bankrotts des griechischen Staates haben wir in den letzten fünf bis sechs Jahren versucht zu reformieren, indem wir kürzten, ohne in neue Strukturen und Institutionen zu investieren, ohne jene besser zu entlöhnen, die fleissiger waren als die anderen. Alle Gehälter wurden gekürzt. In einer Gesellschaft, in der jeder zweite Haushalt ohne Lohn überlebt, mit irgendwelchen Pensionsgeldern eines älteren Familienmitglieds, ist es wichtig, dass wir Griechenland herausholen aus diesem Milieu von Fehlverhalten, wie sie es beschrieben haben. Aber dafür müssen wir die Hoffnung schaffen, die einzig durch Investitionen erzeugt werden kann. In Deutschland zumal haben dann viele Ihrer Regierung, der Syriza-Regierung, vorgeworfen, okay, jetzt seid ihr an die Macht gekommen und ihr habt auch nicht etwas Entschiedenes unternommen, um Steuern endlich einzutreiben. Aber ich weiss, da wehren Sie sich vehement. Diese Behauptung basiert auf einem fundamentalen Mangel an Informationen über das, was zwischen Januar und Juni geschehen ist. Ein fundamentaler Mangel an Informationen. Als ich nach Berlin reiste, um mein Gegenüber Dr. Schäuble zu treffen, als ich zur ersten Sitzung der Euro-Gruppe ging, präsentierte ich einen sehr einfachen Vorschlag. Wir müssen Griechenland reformieren, wir müssen unser Steuersystem und die Verwaltung reformieren. Wir müssen praktisch die gesamte griechische Volkswirtschaft reformieren. dafür brauchen wir aber eure Hilfe. Nicht Geld. Das Problem ist nicht, dass Deutschland nicht genug bezahlt hätte oder Österreich. Ihr habt zu viel bezahlt, sagte ich zu Ihnen. Das haben Sie Minister Schäuble direkt gesagt oder der ganzen Runde der Minister. Wo haben Sie das zum ersten Mal klar gemacht? Überall. Am bilateralen Treffen, das diesem Bild voranging. An anderen Meetings, in der Euro-Gruppe. Lassen Sie mich einen der Vorschläge, die ich Dr. Schäuble an diesem ersten Treffen gemacht habe, verraten. Ich sagte ihm, eines meiner grossen Probleme als Finanzminister sei, da war ich erst seit 10 Tagen Finanzminister, dass ich der Verwaltung meines Steuerbüros nicht traute. Ich wollte es von Grund auf umgestalten. Ich wollte so etwas wie den IRS in den USA aufbauen. Ein separates Steuersystem, ausserhalb der Kontrolle meines Ministeriums. Ich wollte nicht, dass Politiker wie ich die Steuerbehörde überwachen, aber auch nicht, dass es von Privatunternehmen kontrolliert wird. Ich wollte ein neues Steuersystem, ein besseres, reorganisiertes und unabhängiges Steuersystem, das sowohl von Politikern wie von Unternehmensinteressen unabhängig ist. Und ich bat um Hilfe. Ich sagte, wenn Sie wirklich wollen, dass Griechenland reformiert wird, muss man nicht auf einem Programm insistieren, das gescheitert ist, das während fünf Jahren angewendet wurde und zu katastrophalen Einkommensverlusten geführt hat, das in der griechischen Bevölkerung überhaupt keinen Rückhalt hat. Helfen Sie uns das zu tun, was die griechische Öffentlichkeit will. Die Griechen wollen ein unabhängiges Steuersystem, dem alle vertrauen können. Dafür erhielt ich keinerlei Unterstützung. Haben die gesagt, nein, auf keinen Fall, haben die nicht darüber diskutiert. Ich sage Ihnen genau, was Ihre Antwort war. Ich werde nicht mit Ihnen verhandeln, sprechen Sie mit der Troika. Troika, also diese Instanz, die die Ware macht in dieser Frage? Der Internationale Währungsfonds, die Europäische Zentralbank und die Europäische Kommission. Ich sprach mit der Troika. Ich legte Ihnen genau den gleichen Vorschlag über die Notwendigkeit von Reformen vor. Ich sagte Ihnen unter anderem, in Griechenland haben wir sehr hohe Steuersätze und sehr tiefe Steuereinnahmen. Damit wir mehr Steuern einnehmen können, müssen wir die Steuersätze senken und den griechischen Bürgern, in Anlehnung an Rousseau, einen Sozialvertrag anbieten. Wir senken den Steuersatz, ihr bezahlt eure Steuern. Keine Reaktion. Der IWF, die Europäische Kommission, bestanden weiterhin darauf, dass wir die Steuern erhöhen. Man hatte also das eigenartige Phänomen, dass ich als Linker für eine Reduktion der Unternehmenssteuern kämpfte, für die Reduktion sämtlicher Steuern. Und die Institutionen, die Troika, bestand darauf, dass wir die Steuern erhöhen sollten. Um das Publikum nicht zu verwirren, ich mag hier mit Ihnen philosophisch über meine marxistischen Prägungen diskutieren, über den Einfluss von Hayek auf mich und jenen von Keynes usw. aber als es zu diesen Verhandlungen kam, spielte das alles keine Rolle. Aber warum in aller Welt wollten die nichts von diesem Vorschlag wissen? Das ist eine sehr interessante Frage, nicht wahr? Lassen Sie mich die Frage umformulieren. Warum wollten die Gläubiger ihr Geld nicht zurück? Das ist die Frage. Denn hätten sie ihr Geld zurückgewollt, hätten sie nicht auf der Politik insistiert, die letzten Sommer durchgesetzt wurde und mich dazu zwang, mein Amt niederzulegen, weil ich nicht unterschreiben wollte. Ein einfaches Beispiel dazu. Unser Publikum hier in der Schweiz wird entsetzt sein. Sie zwangen die Tsipras-Regierung, ein Gesetz zu akzeptieren, wonach alle Unternehmen, vom kleinen Einmannbetrieb bis zum Grossunternehmen, Ende 2015 im Voraus sämtliche Steuern zu zahlen hätten, die aufgrund von Schätzungen der Steuerbehörden 2016 anfallen würden. So etwas macht man nicht. Ausser man will in einem Land die wirtschaftlichen Aktivitäten, das Einkommen und die Steuereinnahmen reduzieren. Das ist also die Frage. Man könnte darüber eine ganze Sendung machen. Die Kurzantwort ist, sie waren nicht daran interessiert, Griechenland zu reformieren. Sie wollten Griechenland gar nicht helfen, sich zu erholen. Sie waren nur daran interessiert, eine Regierung zu Fall zu bringen, die gewagt hatte, Nein zu sagen. Weshalb? Weil in Portugal, Spanien und Irland Wahlen anstanden. Sie wollten nicht, dass die Menschen in diesen Ländern die Botschaft erhielten, dass sie eine Regierung wählen können, die Nein sagt zur Troika und stattdessen mit Verhandlungen ein gutes Abkommen erreicht. Es handelt sich um reine Machtpolitik im Stil des 19. Jahrhunderts, die die Auflösung von Demokratie und Solidarität in Europa stark vorantreibt. Ein sehr trauriger Tatbestand. Ich stelle mich jetzt in die Position der anderen und würde dann vielleicht sagen... Wirklich? Ich probiere es und würde sagen, okay, wir wären vielleicht bereit gewesen, mit Ihnen als radikal linken Minister aus Athen zu reden, wenn Sie nicht zuerst gekommen wären. Es gab diese berühmte Pressekonferenz, Sie waren zwei, drei Tage Minister erst, sassen neben Jerome Deiselblum, dem Mann des übrigen Europas und haben die Troika rausgeworfen. Sie haben ihn ein bisschen blamiert, haben gesagt... Ich habe niemanden rausgeworfen. Ich interveniere hier, weil das bloßes Wiederholen von Zerrbildern ist. Es ist Zeit der Wahrheit, eine Chance zu geben. Natürlich war es nicht so. Gehen Sie auf YouTube und hören Sie sich an, was ich an der Seite von Präsident Deiselblum gesagt habe. Man stellte mir eine Frage zur Troika. Man fragte mich, ob meine Regierung und mein Ministerium bereit seien, mit der Troika weiterzufahren. Ich gab eine sehr wohl überlegte und moderate Antwort. Ich sagte, was ist die Troika? Das sind die drei Institutionen, Europäische Zentralbank, IWF und die EU-Kommission. Griechenland ist Mitglied dieser drei ehrwürdigen Institutionen. Wir sind seit der Bretton-Woods-Konferenz von 1944 Mitglied des Währungsfonds. Wir waren eines der Gründungsmitglieder von Bretton-Woods und IWF. Wir sind Mitglied der Eurozone. Wir wollen das sein und wollen es auch in Zukunft bleiben. Es ist also klar, dass die EZB unsere Zentralbank ist und wir deren Mitglied sind. Natürlich sind wir stolze Europäer und ein Staat der Europäischen Union. Also ist die Europäische Kommission unsere Regierung. Selbstverständlich werden wir uns mit dem IWF, der Kommission und der EZB auseinandersetzen. Selbstverständlich werden wir mit ihnen verhandeln und voll mit ihnen zusammenarbeiten. Aber das ist nicht die Troika, sagte ich. Das Wort Troika tauchte 2010 auf, nachdem wir diesen toxischen Rettungskredit erhalten hatten, dem ich mich damals widersetzte und gegen den ich auch heute bin. Weshalb? Weil sie kein Recht haben, Geld zu leihen, wenn sie bankrott sind, um so zu tun, als wären sie es nicht. Sie wollten das Geld gar nicht von den Deutschen und den anderen. Wenn sie bankrott sind, haben sie eine moralische Verpflichtung, so lange kein weiteres Geld aufzunehmen, bis sie wieder zahlungsfähig sind. Aber das ist eine andere Geschichte. Dieser schreckliche Deal mit dem Rettungskredit wurde im Mai 2010 abgeschlossen. Das war der Zeitpunkt, als die Troika gebildet wurde. Die Troika bestand nicht aus den drei Institutionen. Die Troika war eine Gruppe von Technokraten aus niedrigen oder mittleren Vertretern dieser drei Institutionen, die mit einem grossen Flugzeug im Flughafen von Athen landeten. Etwa 30 bis 60 Leute, die dann in griechische Ministerien eindrangen und dort griechische Minister, gewählte Vertreter des griechischen Volkes, zur Verantwortung zogen. Das ist ein toxischer Prozess. Was ich in dieser Pressekonferenz neben Deiselblum sagte, war, unabhängig davon, was ich darüber denke, dieser Prozess führte dazu, dass Griechenland nicht zu reformieren war. Die griechischen Bürger verstanden das als Besatzungsarmee, als eine Invasionsarmee, wo einem Minister eines Landes von nicht gewählten, gesichtslosen Bürokraten gesagt wird, was er zu tun hat, in seinem eigenen Ministerium. Das kann nicht gut gehen im Hinblick darauf, dass die griechische Bevölkerung so ausgehandelte Reformen annimmt. Mein Standpunkt war, dass diese Troika, dieser Prozess, erledigt ist. Und dass er erledigt sein müsse, weil Europa wissen sollte, was es braucht, um ein Reformprogramm für Griechenland, für Portugal, für wen auch immer, zu entwerfen. Und einen Aufsichtsprozess, ich bin nicht gegen Supervision, der nicht demütigend ist und der ein Land nicht unreformierbar macht, weil sich die Bevölkerung gegen den ganzen Aufsichtsprozess stellt. Könnte man sagen, es war auch ein Akt der nationalen Würde, der dazu beigetragen hat, dass überhaupt ein radikal-linkes ... Ist das falsch? Nein, nein, ich frage, ob das die Motivation war, für viele Syriza die Linken, die Radikalen an die Macht zu wählen. Ja, natürlich. Aber sehen Sie, Würde ist etwas, das für Griechen, Franzosen und Spanier den höchsten Stellenwert hat. Der Troika-Prozess ist äusserst entwürdigend und zudem illegal. Sie müssen sich vorstellen, er ist illegal. Die Europäische Zentralbank ist die Zentralbank von Griechenland, die Zentralbank von Spanien. Warum haben wir Zentralbanken geschaffen? In der Schweiz, in Deutschland, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Um die Banken offen zu halten, auch wenn es Probleme gibt. Um die Banken in Liquiditätskrisen offen zu halten. Und jetzt halten Sie sich vor Augen, was am 30. Juni in Griechenland passiert ist. Die Europäische Zentralbank schloss die griechischen Banken, die sich selber als solvent deklariert hatten. Um unsere Regierung zu zwingen, eine Abmachung zu unterschreiben, wonach sie 2015 Geschäfte zu besteuern habe, die erst 2016 gemacht werden. Hätte ich Ihnen vor 15 Jahren erzählt, dass sich Europa eines Tages in solch einer misslichen Lage befinden könnte, dass wir so etwas tun würden, sie hätten gesagt, ich sei verrückt. Und doch haben wir diese Situation erreicht. Es ist keine nachhaltige Situation. Für die Menschen in Griechenland, die Menschen in Frankreich, aber auch für die Europäische Zentralbank ist es entwürdigend, dass wir derart in der Klemme sind. Gerade auch in diesem Land hier in der Schweiz würden Sie einige Sympathie finden, sicher für diese Überlegungen, dass die Würde jedes Staates respektiert werden muss. Aber was tun jetzt ist es doch auch ein Gebilde, diese EU, die demokratisch entstanden ist, wo die nationalen Parlamente eine komplizierte Verflechtung von Institutionen auf irgendeine Weise schon mal funktioniert. Wollen Sie das grundsätzlich raus, wollen Sie es grundsätzlich reformieren? Nicht im geringsten. Ich bin ein überzeugter Europäer. Meine grösste Sorge ist, dass die Regeln, die angewendet werden, und der Mangel an Würde, die man den verschiedenen Nationalstaaten entgegenbringt, jene dunklen Kräfte stärken, die die Europäische Union sprengen wollen. Meine grosse Befürchtung ist, dass, wie in den 1920er und 30er Jahren, als die grossen europäischen Mächte und Regierungen, weil sie ihre sehr engen Eigeninteressen verfolgten, schliesslich Europa zerstörten, es in die Luft sprengten, dass wir genau im gleichen Prozess stecken. Die Interessen der Bürokratie in Brüssel, die Interessen der EZB-Bürokratie in Frankfurt, das Interesse der deutschen Bundesregierung, der griechischen, der italienischen Regierung, wenn all diese Interessen unabhängig voneinander verfolgt werden, ohne Dialog und institutionelle Rahmenbedingungen, die ein Zusammenspiel dieser Interessen ermöglichen, werden sie uns auseinander treiben. Die einzigen Leute und Kräfte, die von der momentanen Situation profitieren, sind jene Kräfte, die Europa zerstören wollen. Jene, die wollen, dass Frankreich die Eurozone verlässt, Grossbritannien aus der Europäischen Union austritt. Jene, die eine Konstellation anstreben, in der Berlin über Paris dominiert, was zu einer Erstarkung von Marine Le Pen führt. Wie bei jedem Gespräch, an dem ich mich als engagierter Europäer beteilige, weise ich auch hier auf eine ganz simple Tatsache hin. Bis wir einen vernünftigen Weg finden, um unsere Differenzen zu lösen, wie die Schweiz einen rationalen Mechanismus zur Lösung von Konflikten hat, bis wir soweit sind, in Europa so etwas zu schaffen, wird diese Europäische Union zerfallen. Aber Sie sind jetzt wieder ein Outsider, einer, der es mit scharfem Verstand analysieren kann. Wie können die, die drin sind, die noch Minister sind, den Weg dorthin finden? Wieso bin ich von aussen? Ich bin ein europäischer Bürger, ich bin in Europa. Ich meine nur nicht mehr Regierungsverantwortung, im Moment, die Sie haben, aber sehen Sie für die Regierung... Wissen Sie, als ich beschloss, mich nicht der Wahl fürs Parlament zu stellen, begründete ich meine Nichtkandidatur damit, dass ich mich auf die Politik konzentrieren wolle. Ja, meine Frage ist nur, sehen Sie einen Weg, einen konkreten Weg, den die Verantwortungsträger jetzt schon einschlagen könnten, um zu einem in Ihrem Sinne demokratischeren Europa zu kommen? Absolut. Es gibt Möglichkeiten. Die technischen Schritte, die man machen müsste, sind naheliegend, absolut legal, sogar im Rahmen der bestehenden Verträge, die viel zu wünschen übrig lassen. Lassen Sie mich einige Beispiele geben. Wir können damit anfangen, dass wir viel grössere Transparenz bei der Entscheidfindung schaffen. Die Eurogruppe, die alle wichtigen Entscheide fällt, die sich auf die Wirtschaft der Eurozone auswirken, und damit verbunden auch auf die Schweizer Wirtschaft, hat keine gesetzliche Grundlage. Es wird kein Protokoll geführt. So werden die europäischen Bürger nie erfahren, was in ihrem Namen dort drinnen gesagt wird. Diese Meetings sind in der Regel schon vorgespurt durch Schattenmeetings in Korridoren. Sollte man sie öffentlich machen? Ich finde, ja. Ich bin der Meinung, dass jeder Bürger Europas das Recht hat, zu wissen, was sein Finanzminister in seinem Namen an diesen Meetings sagt. Seit wann ist Transparenz ein Hindernis für einen demokratischen Prozess? Es ist genau anders herum. Das können wir sofort tun, ohne die Gesetze zu verändern oder so etwas. Zweitens müssen wir die vier Bereiche identifizieren, in denen Desintegration stattfindet. Einer davon ist das Problem der geringen Investitionen. Wir haben in Europa das tiefste Investitionsniveau der letzten 40 Jahre. Das erstaunt, zumal wir gleichzeitig den höchsten Stand an Ersparnissen haben. Dieses Ungleichgewicht, sehr viele Ersparnisse, sehr wenige Investitionen, ist das Problem. Dann haben wir die Krise der öffentlichen Schulden, das Resultat geringer ökonomischer Aktivitäten als Folge von geringen Investitionen. In der gesamten Eurozone haben wir ein ernsthaftes Problem mit unseren Banken. Diese Idee, dass wir separate Bankensysteme haben und gleichzeitig eine Bankenunion proklamieren, die es nur dem Namen nachgibt, das ist die Bankenkrise. Und wir haben eine humanitäre Krise, zunehmende Armut in vielen Teilen der Eurozone, der Europäischen Union. Nicht nur im Süden, nicht nur an der Peripherie, sondern auch in Teilen Deutschlands, in Teilen der entwickelten Länder, die durch ungleiche Verteilung nun innerlich auseinandergerissen werden. Diese vier Krisen können mit den bestehenden Institutionen angegangen werden. Das ist eine philosophische Sendung, wir wollen das Publikum nicht langweilen. Wir könnten Institutionen umnutzen, indem wir die aktuellen Abkommen geschickt neu auslegen, als ersten Schritt Richtung Stabilisierung. Danach bräuchten wir an einem gewissen Punkt eine verfassungsgebende Versammlung, die eine ganz einfache Frage stellt, wie wollen wir uns verbünden? Es gibt zwei Alternativen in den nächsten zehn Jahren. Entweder wir werden eine demokratische Föderation oder Europa fällt auseinander. Wir haben die Wahl. In dieser Sendung, die schon fast zu ihrem Ende jetzt kommt, glaube ich, haben wir gesehen, in dem, was ich dieses griechische Trauma genannt habe, ein bisschen konzentriert auf den Protagonisten Scheule und den Protagonisten Varoufakis, über verschiedene Sichten Europas und der Demokratie, haben wir sicher gesehen, dass, wenn man sich genau anhört und liest, was Ihre Seite sagt, dass das mindestens interessant und sehr diskussionswürdig ist. Meine letzte Frage ist, wenn wir uns anschauen, wie der Dialog verlief. Sie waren auch ein guter Akteur in Sachen Medien, Kommunikation. Sie haben sich auch inszeniert. Aber man kann sagen, es ist kein Dialog entstanden. Es war ein Dialog des Ur, da Taubstummen haben hier miteinander geredet. Haben Sie ein bisschen Hoffnung, dass in diesem Europa ein Dialog entstehen kann, wo verschiedene Lager und Interessenseiten einen guten Weg finden? Der Grund, weshalb wir einen Dialog unter Tauben führten, war, dass die Gläubiger nur unseren Zusammenbruch wollten. Sie wollten keinen Dialog mit uns. Wenn Europa so weiterfährt, wenn den Schuldnern demokratische Rechte verwehrt werden und man diese als Luxus versteht, die den Gläubigern vorbehalten ist, dann ist das das Ende von Europa. Übrigens, das Bild, das Sie von mir auf dem Motorrad zeigen, ich bin mein ganzes Leben lang Motorrad gefahren und werde es weiter tun. Ich gebe nicht vor, jemand zu sein, der ich nicht bin, nur, weil das alte politische Spiel es so will. Ich sage Ihnen, als ich ins Ministerium einzog, fand ich dort zwei BMWs, gepanzert. Totale Kosten 750'000 Euro. Ich entledigte mich ihrer. Morgens fuhr ich von zu Hause genauso in mein Büro, wie ich zuvor an die Universität gefahren bin, auf diesem Motorrad. Macht man daraus ein Medienspektakel oder nutzt es als Mittel zur Kritik an meiner Person, führt das die Kritik jener, die sagen, dass griechische Politiker zu viel Geld ausgeben, ad absurdum. Wir haben gehört, Sie sind ein leidenschaftlicher Europäer, Sie sind am Dialog interessiert. Sie werden an diesem Dialog weiter teilnehmen, wir haben keinen Zweifel daran. Ich bedanke mich herzlich, Janis Varoufakis. Thank you. It was a great pleasure. In der Sternstunde Kunst sehen Sie jetzt gleich einen Dokumentarfilm über den grossen Volksschauspieler Matthias Gnedinger. Zuerst aber noch ein kleines philosophisches Gedankenexperiment, Warum bleiben wir uns selbst, obwohl wir uns ständig verändern? Danke fürs Zuschauen.